Nachdenkseiten Die kritische Website Bundesdeutsches Zitierkartell Der CDU-Sicherheitsexperte, der als Beleg auf einen Artikel verweist, welcher nur ihn selbst zitiert. Von Florian Warwick Nico Lange, seines Zeichens Senior Fellow der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz und zuvor unter Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, umstrittener Leiter des Leistungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung, erklärte am 16. August via Twitter, dass sich die Balance des Krieges zugunsten der Ukraine verschiebe. Als Beleg für seine Einschätzung verweist er auf einen T-Online-Artikel. Dieser zitiert allerdings nur einen einzigen Sicherheitsexperten, ihn selbst. Der Fall ist geradezu ein Lehrstück über die aktuelle Verfasstheit der etablierten Ukraine-Berichterstattung und der Rolle, die dort oft selbsternannte Sicherheitsexperten spielen. Nico Lange, der als Intimus von AKK gilt und von dieser ohne jegliche vorherige Behördenerfahrung vorweisen zu können, 2019 zum Leiter des Leitungsstabes im Verteidigungsministerium ernannt worden war, hat bisher laut Medienberichten bei fast allen seinen Tätigkeiten verbrannte Erde hinterlassen. Der Spiegel kolportiert in diesem Zusammenhang einen Witz, der sich im Verteidigungsministerium über seine Rolle breitgemacht haben soll. Nach der Wahlniederlage der CDU wechselte er im Juli 2022 zur Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Vor April 2022 hatte Lange, wie aus seiner Veröffentlichungsliste nachweislich hervorgeht, keine einzige Veröffentlichung zu sicherheitspolitischen Themen publiziert und auch innerhalb der CDU nicht diesen Ruf. Das hinderte ihn aber nicht daran, sich mit Beginn des Ukraine-Krieges, der zeitlich mit seinem eigenen politischen Bedeutungsverlust koinzidierte, als Sicherheitsexperte medial zu verkaufen. Eine Selbsterfindung, die von Medien wie T-Online auf der verzweifelten Suche nach Experten mit Haltung gerne aufgegriffen wurde. Gewisse Parallelen zu Toni Hofreiter und dessen Transformation zum Belizisten und Waffenexperten, nachdem er bei der Verteilung von Ministerposten leer ausgegangen war, sind unverkennbar. Jener Nico Lange verkündete nun diese Woche via Twitter mit Verweis auf einen T-Online-Artikel Die Ukraine kommt voran, wenn auch langsam. Die letzten zwei Wochen zeigen, die Bonlants des Krieges verschiebt sich langsam zugunsten der Ukraine. Liest man sich den Artikel mit dem Titel Die Ukraine kommt voran, wenn auch langsam, so ist die militärische Lage an der Front, Später ohne weitere Kennzeichnung geändert in ukrainische Strategie. Wenn sie das schaffen, haben sie auch mehr Erfolg durch. Fällt auf, dass dieser zwar eingangs im Plural von Wie Experten beobachten spricht, aber dann ausschließlich die Einschätzung eines einzigen Sicherheitsexperten wiedergibt. Jenes des dem Leser schon bekannten Nico Lange. Das heißt, der zum Sicherheitsexperten mutierte CDU-Politiker, 2018 bis 2019 Vize-Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschland, hat tatsächlich die Chuzpe, seine These zur Fortentwicklung im Ukraine-Krieg mit einem Artikel zu belegen, in dem lediglich er selbst zu Wort kommt. Fragen stellen sich aber nicht nur hinsichtlich des Vorgehens von Lange. Mindestens ebenso fragwürdig ist das journalistische Vorgehen der T-Online-Redakteurin. Der Artikel ist ein typisches Beispiel für die strukturell einseitige Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine. Als Grundlage für den Artikel dient ein einziges Gespräch mit einem hochtendenziösen Experten wie Nico Lange, der auf Twitter und Co. offensiv als Agitator und nicht als sachlicher Analyst agiert, sowie Copy-Paste-Material von der Deutschen Nachrichtenagentur dpa. Die wiederum zitiert namentlich ausschließlich ukrainische Regierungsquellen, im konkreten Fall die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Malyar sowie den Sprecher der ukrainischen Armee-Gruppe Ost, Sergi Seryatsche. Glaubt die fragliche T-Online-Redakteurin ernsthaft, dass sie auf dieser Quellengrundlage ihre Leserschaft auch nur im Ansatz objektiv über den Kriegsverlauf informieren kann? Man könnte ja auch mal in der T-Online-Redaktion, ich weiß, sehr verwegen, nicht westliche Sicherheitsexperten befragen, die oft einen ganz anderen Blick auf die militärische Lage in der Ukraine haben und folglich auch zu ganz anderen Rückschlüssen kommen. Verwiesen sei etwa auf den ehemaligen pakistanischen General Assad Durrani, der die Führungsakademie der Bundeswehr durchlaufen hat und später Botschafter seines Landes in Deutschland wurde. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.